Oh nein, die Ronsos. Gibt ja wieder Streit, 100 pro. Was? Ich war jetzt am Wacker, 1900? Das wäre jetzt ein bisschen seltsam. Ich habe ja lange nicht mehr geordnet, ne? Ich habe noch keine Ausrüstung verkauft. Ich bin einfach zu geizig. Halt, wir können ja mal so machen. So und so. Und schon dann mehr Angriff. Und mehr HP. Und da unten lernt er... Anpeilen. Das ist die Musik. Hm. Irgendwo hört einer bei mir an. Laut seine Stereo-Anlage. Oder heute heißt es ja Heimkinosystem, ärgern dir das Kind? Ja. Jetzt hätte ich das mal wieder geärgert. Von einem glibber, glibber, glibber. Ich habe dich alle an. Ich habe mich alle an. Noch macht den Hund plat. Ja, wacker. Auch, dann können wir mal tauschen gegen Lou. So, du brauchst jemanden mit Magik-Skills. Ja, vielleicht hätte ich Wacka mal ein bisschen eher trainieren sollen. Ja, vielleicht nicht das Dümmste gewesen. Aber er kriegt jetzt ein paar HP hinzu, so ist er nicht. MP und Magi. Magi? Halt! Da war noch jemand. So. MP! HC ja wirklich nötig, so Kimbits. Dann bräuchte ich mal kurz, ähm, Lune. Dann er hier. So, und gehen mal gucken, was die beiden da vorhaben. Was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Schau! Einer von Kimari's Freunde! Sieht einfach wie ihm! Was? Both follow Summoners on all fours. Hornless goatlings. Hornless! Hornless! Have you come to winz Chapter? Si? You come to winz Mod혁? cumaree? Die Kinn changelt. Nächter werden wir den Kinnasen. Schöne Kinnasen haben ihn verloren. Nächster verlieren die Kinnasen. Schöne Kinnasen! Wie allein Blue, wie allein. Das zwei haben Sie etwas gegen Sie? Was? Sie waren nur auf dich? Kimmari wird mit ihnen Und ich werde helfen Kimmari alleine Aber... Es ist die Problem des Kimmari Es ist ein Problem Es ist ein Problem Ich bin Angst Lass die Ronsau mit den Problemen Ronsau Ja? Das ist wie es immer war Ich meine, ich bin Angst über diese Summoner zu verabschieden Sie sind nicht nur zu verabschieden Hey! Wenn wir Guardianen machen, kein Problem, richtig? Oh! Verabschied Ja! Eis Ach komm, Feuer dürfte doch vollkommen ausreichen 600 Könnte knapp werden Ja, könnte knapp werden Daneben Loser Was hat das wie so? Feuer Ah ne Quatsch Können wir Wasser machen Müsste abkühlen Da hilft ja auch keine Panzerung mehr Huch! Und weiter geht's Heute gab's ja eigentlich halt Wo ist meine Cardi? Ich will ja mal alle Dings haben Bis dahin alle alle Ihr wisst schon Lexikas Ah siehste da C Da geht's schon los Ah Wo ist C? Warte ich finde jedes Mal Ach da oben Da haben wir ja noch ne Weile Zeit Bis wir C haben So ihr kleinen Wusel Wacker hat auch eine Und rums Oh, zwei nach fünf Wie schlecht So, immer noch recht mal voll reinsetzen Gut, dass wir es schon gelernt haben Ansonsten würden wir jetzt, äh Scheiße dastehen Alter Was habt ihr denn gegen ihn? Alright! Und zwei Level So, hat mir nichts gebracht Aber ihnen bringt das was Muss ich nur wissen, in welche Richtung ich gehe So, hat mir nichts gebracht Anpeilen Da kriegt der HP Reflex MP Braucht da ein bisschen mehr Angriff Ja, hat er auch keinen Angriff Ja, hat er auch keinen Angriff Ist also relativ scheißegal In welche Richtung ich gehe Aber was lernt er dann da oben Sammeln Der ist ja kein Magier Dann schickt man mal da oben hin So Den Büchstheoriden brauche ich nicht hingehen Weil ich habe ja keinen Ob da ein mitbekommen ist, ich gehe noch So, dann bräuchte ich mal ein paar Abilities So, immer da und da Ist halt wichtig, dass wir ja alle leveln Außer Kimmeri Das ist immer so der Running Gag Der will drei Äh, der will eins Der will pass dreimal So rum Na, ihr klein Na, na Halt Boah Wow Ja Ja, jetzt attackiere ich immer das Vieh genau Das war gut Na toll Nob hat's da wieder mal richtig geleistet Und auf mich Hat doch gar alles getan So, Feuer Ich glaube das hat ein wenig weh Na los wacker Mach's alle Ich bin gut, ja? Naja Kann sich schon mal sehen lassen Wir müssen aber weiter Hat ja ein viel verloren Wie ist das da oben? Ach du, ist das Ist das ne, äh, 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 äh Ist ja schon der zweite Kampf? Siehste? Sie sagt, es ist gut zum Trainieren Habe ich doch gesagt Da oben war doch gerade Hier etwa Moment Kürfen sie eine alte, bekannte Kampf der Bestie Ja, scheiße, ich muss dann nochmal meine Bestias auf Ekstase bringen Ich hab' dir gesagt Ich hab' dir gesagt Ja, 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 ja Und zwei Level Die üblichen Verdächtigen Und dann bin ich geschickt Das tut ihm gut So, und der Lulu Bekommt Abwehr Das ist nice Very nice So, ich brauch noch mal Abilities Ne, von Duna So, so, so Haben alle geheilt Die Gruppe Tauschen mal Ja, darum ist das schon der nächste Bestiakampf Und dann müsste ich doch ein wenig vorbereitet sein Indem ich im Kreis umherlaufe Das ist Taktik Fight, fight, fight Ey, Muppets, Komma klar, ne? Fights müssen nun mal sein Wacker, ja Der wird's reißen Hyksion Trab an Ah, wunderschön Unser Blitzpony Unser Blitzpony So, harte Tour eh mal Und dann kommt mal an Und das war wohl nix Und das war wohl auch sehr wenig Ich werde nur die Ekstase voll haben, ne? Kennt daher Au, hab mich getroffen Verdammte Scheiße So, komm mal zurück Und alle ab Wir sind zurück Au Ja, immer auf ihm Und der lebt sogar noch Das nett Kann ich ja gleich Ifrit vorschicken Au, Eis und Feuer Äh, vertritt sie nicht grade gut Schönen Schönen Guten Tag Können wir auf harte Tour machen Ich hoffe, er schluckt jetzt nicht Aber eigentlich Ifrit ist doch Awesome Mal gucken Ah, das war ja nix Das war noch viel weniger Können wir den mal kalt machen hier Eis Guck mal, so sieht Feuer aus Guck mal, so sieht Feuer aus Und wieder mal Smile Level Juna, da seh ich das doch gerne Wenn sie levelt So, und zack HP Und Juna einmal Abwehr Wunderschöne Sache So, und jetzt steigen ja die Bestes auch auf Ach, das kommt von der Musik, dass ich das manchmal doppelt höre Ich hatte schon nicht viel verwirrt Gehen wir ordnen alles So, zack, zack, zack Ich muss ja unbedingt mal Aber wir kommen dann zum Händler Ich muss ja mal das ganze Zeug verkaufen Was ich hier sinnlos mit mir rumschleppen hab Und jetzt, ach du scheiße Ja Oh man Mann, wieso den? Mann, wieso mich? Ja Juna, es wär schön, wenn du Das wär echt geil Bei Küsschen, alter, ganz ehrlich Da hab ich ja keinen Bock So 7200 Machen wir mal die Mücke alle Au Dum 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 Aber ich bin immun gegen Ach, was mach ich denn für eine Scheiße Oh weh Kommen wir lieber zurück BAM BAM BADAM BAM Alter, ja. Ich bin nicht am Arsch. Ähm, wacker. Dimm, 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 dimm. Nein, aber richtig. Boah, ich dachte jetzt schon. Alter. Uh, lass mir gerade ein bisschen der Anschweiß runter gelaufen. Links und rechts. Hallöchen. Kennen Sie schon ein Feuer? Ist so eine neue Sache. Guckt ganz gut bei Pflanzen. Naja. Dafür reicht mir Abwehr. Meteorit. Ach, da kennen wir richtige Feuerattacke. Ja, machen wir trotzdem rein. Autsch. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Autsch. Sind wir weiter noch? Oh. Bin schon im gelben Bereich. Eieieiei, das könnte knapp werden. Oder auch nicht. Ich hasse Küsschen. Besonders vor so Pflanzenviechern. Da stich nicht so drauf. So, eben mal geheilt. Äh, geheilt. Ja. Ihr wisst ja schon. So, gehen wir weiter hoch. Hoffentlich schaffe ich das, bevor ein Monster kommt. Bitte 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 bitte. Ja. Los. Danke. Heil mich. Na, aber hallo. Ich bin bereit. Das ist der Spirit. Aber bevor wir beginnen. Ja. Ich habe deine Aeons heilt. Ich habe deine Aeons heilt. Ich nehme, was ich gerne hätte. Ich nehme mal Ifrit. Hallöchen. Ruh. Guck mal, du kennst ja bestimmt Entfernung. Hier kommt das Steinchen. Oh. Es lebt noch. Es lebt noch. Was? Es lebt noch nichts. Es lebt mir, was du gelernt hast. Es ist nicht fair. Aua. Au. Nein. Hass ist voll unfair. Au. Alter, nein. Alter. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ein wenig zumindest. Das hat der eh Hass, ne? Ja. Dafür mache ich dich jetzt kalt. Alter, über 5000 hat der ein Vieh. So 5600, um genau zu sein. Und hier noch ein Steinchen. Na, aber hallo. Geht zum Boden. Stopp. Das ist genug. Oh Mann. So kauft sie nur eine. Keine AP, nix. Ist ja klar, beim Freundschaftskampf. Du bist gut. Du bestätigst mich fair. Hier, dein Preis. Komm, mach es. Drachenschuppe. Mediumseele. Yeah, jetzt kann man... Dinge tun. Genau, da kommt schon die Erklärung. Das Tutorial. Nun, da sie im Besitz der Mediumseele sind. Und können sie durch Anwendung von die Teams der Bestie Abilities beibringen. Wählen sie erlernen. Und anschließend die Bestie, der sie die Abilities beibringen möchten. Dabei wird... Achso, ja, okay. Ich brauche es eigentlich nicht durchlesen, weil ich erkläre es dann so oder so. Ist eigentlich Quatsch. Ja, okay. Das ist nicht vorhanden. Das ist eigentlich logisch. Nur die, die aufleuchten. Ex-Eis kann man lernen. Feurer kann man lernen. Aber... Ja, Bomben basieren. Okay. Jetzt könnte zum Beispiel... Ich freue mich auf, dich wieder zu treffen. Bis zum nächsten Mal, Luna. Tschüssi. Ich freue mich auf das nächste Training. Lalalalalalalalalalalala. Huch. Na. So, so, so. Akku-Akku-Bilke-Hebe-Arne. Lalalalalala. Feuer. Ja. Wasser. Toll. Feuer habe ich noch brauche ich. Beschuss. Und Zeit-Heb. Boah, Alter. Ganz toll. Wie gerade... Alles die Sachen, die denen jetzt noch gar nichts bringt eigentlich. Den Bestios. Nee, dann lassen wir mal. So, ähm...